Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Anshard 1, Drakes Schicksal. Hier kommen woher auch immer jetzt Gegner. Die haben mal wieder einen einfacheren Weg gehabt als wir. Was ich total bescheuert finde. Oh, eine Granate! Komm her. Ah! Das geht ja schon mal gut los. Das geht ja schon mal gut los. Okay. Oh nein, genau. So. Haben wir den von oben schon mal erledigt? Der ist nach unten gefallen, oder? Ich sollte mich hier oben hier weniger tangieren. Kommt da hinten einer? Sieht nicht so aus. Aber der ist auch hinüber. Dann nicht noch. Watch your back. Ach, da ist jetzt einer. Ein paar Beinschüsse. Ein paar Brustschüsse. Da ist jetzt noch einer. Da ist auch noch einer. Scheiß habt ihr! Okay, der scheint auch hinüber zu sein. Was ist der Kollege noch da? Wer schreit denn hier sowas? Was hat für eine Musikuntermalung? Ich stehe genau so, dass ich ihn nicht erwischen kann. Elena, aus dem Weg! El-El-Elena. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist. Aber du könntest A schießen und B irgendwie aus dem Weg gehen. Der ist auch hinüber. Elena rennt da hinten rum, warum auch immer. Immer die hier. Verdammt! Wow! Chill mal, Alter. Scheiße. Ist jetzt hier noch jemand? Wir müssen mal wieder die Waffe wegsuchen. Wir haben nur noch zwei Schuss. Hallo, lag ja nicht gerade eine Waffe da? Ah, das könnte helfen. Ja, so einigermaßen, ne? Das ist die US. Ich frage... Ich frage mich immer. Wir müssen hier voll die Rätsel lösen und keine Ahnung was alles. Und die sind immer schon da, wenn wir kommen. War das gerade Elena, die hier die Schritte gemacht hat? Oder ist hier noch jemand? L2. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Aha. Eine Art mechanische Leiter. Zwei, fünf... Oha! Geh in Deckung! Oha! Boah! Guten Tag! Gitteschön, Fettwanst! Meint der mich? Also mich jetzt Rainbird? Äh... Uh, welch Technologie! Technologie! Au! Au, 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 au! Ihr habt den Highground, das ist unfair. Ah, scheiße! Nade! Okay, wir sind aber wieder hier. So. Okay, schießt noch jemand. Wer und wo? Gut, wer ist eigentlich egal. Aber Elena steht ja einfach so rum. Okay. Ich hab grad den Shooter-King im Kopf. Ich bin der Shooter-King. Ich hoffe, die führt irgendwo hin. Aber das bin ich ja gar nicht. Was? Au, 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 au. Sieben, okay, sieben ist ja ein Weg, den wir gehen wollen sollen. Ne, ich verhalte lieber meine M4. Hier ist fünf, da wollen wir nicht lang. Boah, diese musikalische Vermahnung, diesen Schreien, ist ja schrecklich. Wo denn? Da. Hier ist niemand. Da ist eins, dann müssen wir da wohl nicht lang. Ich hoffe immer noch, ich verstehe das richtig mit diesen ganzen, ganzen Nummern hier. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das wäre so das Einzige, was ein bisschen Sinn macht. Warum gehen wir so langsam? Ah, okay, deshalb. Und Baro und Bart sind noch an ihm dran? Nee, ich setze mich jetzt dazu. Wir haben uns unseren Ring da liegen gelassen? Warum? Aber der Ring... Es muss doch hier rausgehen. Der Ring ist so schön. 17. Das Herz des Schatzlagers. Okay. Ah! Das war grandios. Das muss doch hier rausgehen. Okay, sind da so Löcher überall. AK. Moss möchte ich alles nicht. Moss möchte ich auch nicht. AK möchte ich auch nicht. Kann ich irgendwo klettern? Nee. Was? Gut, klettere weiter. Hä? Du bist schwerer, als du aussiehst. Kommst du dran? Wo dran denn überhaupt? Ach so, das ist ein Leiter, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das Dreieck gesehen. Go, Elena. Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Danke. Du bist dein Schatz, Elena. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo, Jungs. Ruhig, Eddie. Ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh nein. Oh Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Nein. What the fuck? Eddie, komm wieder her. Was ist das denn? Was? Gegen was kämpfen wir denn jetzt hier? Falls wir hier nicht rauskommen. Nur, dass du es weißt. Ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bring wir es hinter uns. Okay. Äh, was? Ich muss schütteln. Hä? Was war das denn für eine Anzeige gerade? Ein vibrierendes Gamepad. Hey, was soll denn das? Ah, ich muss... Was? Warum sterbe ich denn da immer sofort? Zombies. Ich muss nachladen. Warte mal gerade. Okay, ich sollte nicht in den Nahkampf gehen. Ich sollte nicht in den Nahkampf gehen. Okay, jetzt ist meine Waffe auch noch leer. Deshalb liegen hier so viele andere Waffen wahrscheinlich. Okay, Elena, schaffst du's? Boah, da ist auch einer. Wir sind so viele. Nein! Zombies, Elena! Zombies! Äh, Mist, der Fall verrostet. Es... bewegt sich nicht. Okay, heftig schütteln, hilf. Mir gefällt das überhaupt nicht, falls du mich meintest. Wow, 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 wow. Chill mal. Chill mal, alter. Oh Gott, ich bin so konzentriert. Ah, fuck. Oh, oh, danke. Danke, danke, danke. Ihr habt ja nicht anders gewollt. Äh. Nein. Ja, äh, du bist witzig. Du bist so witzig, du bist so witzig. Du bist die witzigste Frau, die ich kennengelernt habe in meinem ganzen Leben. Ah! Nein, sorry, ich muss gerade mal weg. Ah, fuck, da kommt der von hinten, die Sau. Alter! Was soll denn das? Ja, halt durch! Mach hin, Helena! Ich hab dich wirklich gern, aber bitte, 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 bitte mach schnell. Warte, ich muss nachladen. Warte doch mal, warte doch mal! Ich muss doch nachladen! Ich brauche mal eine andere Waffe, äh, ich brauche, Entschuldigung! Sehr gut! Welches Seil? Welches Seil denn? Da! Nimm das Seil! Kletter, Kletter, Kletter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Kommst du nicht leicht? Oh, ich muss selber steuern, okay. Ich dachte, das wäre eine Zwischensequenz. Ich schwing dich rüber, festhalten! Okay Wo sind wir? Warum ist hier ne Stahltür? What the fuck? Oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein! Ich schätze, damit kommen wir hoch! Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ah, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden? Nicht schlecht! Okay, gehen wir! Nein, du gehst alleine kurz! Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht! Ich lass dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern! Wir haben keine Wahl! Schalte den Strom ein und komm mich dann holen und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon! Ich bin gleich wieder da! Ich hätte dich geworfen! Elena! Ich werfe dich! Okay! 18! Der Bunker! Achso! Ich darf nicht da runter! Achso! Ich darf nicht da runter! Haben wir vorher sagen können! Ah, okay! Da lang! Kann ich hier eigentlich auch... Okay! Dann so! Und so! Und so! Erstmal an diesem rostigen Ding erstmal runterrutschen! Hoffentlich bist du gegen Tetanus geimpft! Nate! Da ist eine Kette! Bei der schwinge ich mich mal kurz! Wui! Oha! Das war knapp! Warum können wir nicht einfach unten am Boden langlaufen? Und ich fand es übrigens sehr cool, dass sogar dieser Lageplan übersetzt war! Das fand ich ziemlich cool! Das hat mich gefreut! Ah, da unten! Okay! Und jetzt? Da! Okay! Und jetzt? Da! Gleich kommen wieder Gegner, die auf mysteriöse Art und Weise schon hier sind. Oh, was das denn schön ist. Nehmen wir es mal mit, weil wir eh für die anderen kaum noch Muni haben, für die anderen Waffen. Okay, da können wir nicht lang. Aber wenn hier wieder Waffen liegen, dann heißt es gleich kommen ein paar unserer Freunde. Da geht es also weiter. Ist hier vielleicht ein Schätzchen versteckt? Ne. Was zum Teufel war hier los? Das frage ich mich allerdings auch. Was war denn hier? Ach, Munition. Ach, sehr schön. Äh, kam. Von da kamen wir doch. Hier liegt so... Oh nein, hier liegen so viele Waffen rum. Oh nein. Mir schwarnt Übles. Moment. Wo kamen wir her? Bin mir gerade nicht sicher. Oh nein. Alter. Kann der mit auch mal treffen? Oder ich damit treffen? Okay. Zum Glück können wir hier noch direkt ein bisschen Munition wieder mitnehmen. Okay, ich geh noch mal zurück und nehm mir noch ein bisschen Muni mit. Warum nicht? Links oder rechts? Meine berühmten Beinschüsse hier. Okay, hier gibt es gar nichts. Nicht mal ein Schatz irgendwo? Ne. Ah, Gott sei Dank, hier lag da noch Muni. Das muss der Generatorraum sein. Das ist gut. Ich muss gerade auf die Uhr gucken, wie lange wir es schon machen. Oh ja, 22 Minuten. Dann gucken wir uns den Generatorraum genauer in der nächsten Folge an. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Beanstaltet eins. Drake's Schicksal. Macht's gut. Tschüsschen!